Hallo, in diesem Beispiel schauen wir uns an, wie man die kalkulatorischen Zinsen berechnen kann. Und der Ansatz ist eigentlich immer gleich. Wenn wir die kalkulatorischen Zinsen ausrechnen möchten, müssen wir erst die Höhe des betriebsnotwendigen Kapitals ermitteln. Und das werden wir hier Schritt für Schritt machen. Aber erstmal zu der Aufgabenstellung. Was haben wir denn hier gegeben? Wir haben hier das Anlagevermögen, so Anschaffungskosten gegeben. Das ist hier oben. Da haben wir einmal das nicht abnutzbare betriebsnotwendige Anlagevermögen von 200.000 Euro. Und das abnutzbare betriebsnotwendige Anlagevermögen in Höhe von 1.000.000 Euro. Und dann haben wir noch verschiedene Sachen als Durchschnittswerte gegeben. Das macht einen Unterschied, dass wir im gleichen Bereich eine Berechnung sehen. Und zwar das betriebsnotwendige Umlaufvermögen von 4.200.000, die Kundenanzahlung von 40.000, die Hypothekendarlehen von 250.000, kurzfristige Rückstellungen von 300.000 und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die nicht skontierfähig sind, in Höhe von 200.000 Euro. Laut Schema aus dem Skript, das ist die Tabelle, die kurz vor diesem Video kam, brauchen wir erst das betriebsnotwendige Anlagevermögen. Und das ist hier unterteilt in abnutzbares und nicht abnutzbares Anlagevermögen. Das nicht abnutzbare Anlagevermögen ist hier 200.000 Euro. Das sind so Sachen wie Grundstücke, Sachen, wo wir annehmen, dass es keinen Werteverfall gibt. Dann haben wir noch das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von 1 Million Euro. Davon nehmen wir hier nur die Hälfte, weil wir ja die Sachen mit ihrem Durchschnittswert berücksichtigen wollen. Und wenn das Anlagevermögen in den Anschaffungskosten 1 Million Euro gekostet hat und linear an Wert verliert, also linear an einer Gerade, ist es im Durchschnitt über die Laufzeit gerade die Hälfte davon wert. Also rechnen wir hier mit der Hälfte. Bei dem abnutzbaren Anlagevermögen ist der Durchschnittswert 200.000, weil es ja nicht an Wert verliert. Und auf diese Werte hier rechnen wir dann noch das betriebsnotwendige Umlaufvermögen drauf, das wir hier haben, und zwar einfach 1 zu 1 mit dem Wert, der hier steht. Warum? Weil das betriebsnotwendige Umlaufvermögen ist ja schon als Durchschnittswert angegeben. Deswegen nehmen wir einfach hier diese 4.200.000 und erhalten unterm Strich als Zwischenschritt quasi das betriebsnotwendige Vermögen. Wenn wir da jetzt weitermachen, um vom betriebsnotwendigen Vermögen jetzt zum betriebsnotwendigen Kapital zu gelangen, müssen wir noch das Abzugskapital abziehen. Abzugskapital ist Fremdkapital, das dem Unternehmen zinslos zur Verfügung steht. Darunter fallen hier die Kundenanzahlung, die kurzfristigen Rückstellungen und die nicht skontierfähigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Unterm Strich bleibt dann übrig das betriebsnotwendige Kapital. Das sind hier 4.360.000 Euro. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Die kalkulatorischen Zinsen erhalten wir, indem wir den kalkulatorischen Zinssatz jetzt auf das betriebsnotwendige Kapital anwenden. Das sind hier also 8% von diesen 4.360.000 Euro. Ergibt kalkulatorische Zinsen in Höhe von 348.800 Euro.